Ja, willkommen bei Malida und zwar in einer weiteren Folge Lethal Company. Wie ihr seht, schon wieder haben wir Kohle verloren und jetzt wissen wir auch genau, warum. Der Standard-Spiel speichert glaube ich nur Items bis in einer Anzahl von 45. Alles darüber hinaus wird dann einiges dann halt einfach fällt weg oder unterm Raster. Jetzt haben wir aber eine Mod installiert, dass wir bis zu 999 Items haben können. So war das doch jetzt, ne? Genau. Weil wir so Profis sind. Genau. So, und jetzt gehen wir Rant, Stormy. Und hoffen das Beste. Mal gucken, ob Steffen es aus dem Schiff schafft. Mal gucken, ob wir es schaffen, dass wir uns einiges zu beschränken. Oh mein Gott, und wir haben jetzt Hunter Level 2, das müssen ein paar Leute töten. Also, ich geh, ähm... Ich geh mal hin. Fire, fire, aber... Achtung! 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 Bisher brutzelt es nicht, ne? Also... Achtung! Achtung! Biss! 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 tao guack. Ich geh mal hier links. y y- Piss! Achtung! Biss! das stimmt die frage ist sowieso ich glaube unser einkaufswagen ist auch weg nach dem speichern gerade ich habe mich an ich habe das letzte teil und komme jetzt wieder zurück wo ist der ganze mut ich habe die küche wo seid ihr denn seid ihr hier ist also da oben jetzt noch ordentlich weiter ja ja da hinten jetzt ist noch küche hat verstanden jetzt warte mal wie viel wert ist die lampe zu die mann da komm ich mal die hinterher weil hier gibt es nicht habt ihr die küche schon gefunden ich habe ich habe schon ein paar andere coole sachen die küche ja hier ist die küche so da rechts geht es noch lang ich weiß nicht was da ist hier geht es noch lang ich mal rechts lang hier geht es weiter hier rechts oh ja tief weiter tief weiter hier ist die kasse hier ist die kasse hier ist irgendwo der sky guy hier ist irgendwo der sky guy ich brauche nur noch eine sache dann kann ich gehen habt ihr noch was hier ja hier nimm mit hier ach so was auf der folgenden wo der sky guy aber auch ja ich komme mit aber ich komme mit zu dir wir können auch mal nach rechts gehen hier hier war ich noch nicht hier hast du noch einen platz frei jetzt hier ist noch nicht zum schiff oder futter grad unten schon was wir gemacht wir müssen zurück die hatte super viel shit let's go wir müssen es zum schiff schaffen das ist alles umsonst leute heute ja heute ich glaube jetzt sie ist tot die hat man noch nicht beim schiff ne das ding ist wenn zu vieles blitzt ich lass das mal hier das kann ja was werden was kann ich denn jetzt noch nehmen ich habe jetzt zwei schaufel kann ich nicht nehmen zwei schaufeln ja okay hast du die noch nehmen die zähne hier ja wenn ich die schaufel hier lassen ja lass mal die schaufel hier ja 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 wir dürfen nicht zusammen gehen wir dürfen nicht zusammen gehen ja die liegt überall nehmen wo ist pommes denn gestorben ich weiß es nicht du hast so lange gebraucht ja weil der wagen der blitzanzieher ist alter vorsicht der einkaufswagen zieht das an wie sau wo ist der lichtschalter eigentlich weiß ich auch nicht sagt ja stelle hier ist der wasch alter der hört gar nicht mehr auf ja das Problem hatte ich eben auch ist der hinter dem äh ach hier ist der lichtschalter ja und der einkaufswagen hat irgendwie ich hab ihn abgestellt dann hat er erstmal viermal nach rad geblitzt ey alter ich glaube monkey ist tot wo sind die beiden von einem loot bug ne von einem nutcracker bestimmt ne ja ist ein nutcracker was ist mit hemi oh nein der ist auf dem weg gestorben ich geh hin ich lass meine sachen hier warte wo ist die mich wohl gestorben das war knapp kniffst du die bellen was hab ich vergessen was ist der was schreist du was oh mein gott was ist denn da ähm mimik 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 der loot einfach um philip rum ah siehst du da ist so ein roboter der er explodiert ich will den passen sehen so ein kleiner explosions roboter hat man gesehen da war gerade so ein kleines rotes licht aber da ist unsere glocke draußen ja und hier habe ich reingebracht wird ja auch nicht von von blitz warte mal wenn wir die schaufel da vorne hinlegen und wir ihn anlocken wird er denn getötet das frage ich mich auch warte mal pass auf ich 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 also ich lass mich fressen und dann lass ich mich einfach nochmal mit der stun und du holst das bier nein das bier habe ich schon also und hol dich schon hol das ding hol das ding warte da ist die schaufel warte 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 oh nein warte frisst er dich oh bin mir nicht sicher aber warte vorsichtig ja warte 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 sie sense schon wieder vorsicht ok wir können einfach los ich glaube das ist eh leer das ding ach so schmeiß es raus schmeiß es raus Das Ding hier ist auch leer. Boah. Das ist halt ein Ding, das ist halt ein Ding. Ich hasse Stormy, ne? Ja. Wer hat dich getötet? Äh, der Nutcracker, ne? Ja, der Nutcracker hat sich in mich rein teleportiert, das war sehr gut. Und du? Du bist durch Blitzschlag gekommen? Ja, durch Blitzschlag. Ich hab meinen Scheiß noch rausgefühlt, aber ich hab nicht rechtzeitig alles ran. Ich hab nicht rechtzeitig alles weggeworfen. Also, Rant ist noch am Start. Warte. Ich sabbe erstmal hier die Dinger ein. Okay, ich nehm auch schon mal Schaufel mit. Ist nicht Stormy? Nee, ist normal. Könnt einfach landen. Jawohl. Alter. Puh. Wir haben noch den Tollhammer auf dem Dach. Puh. Auf dem Dach? Entschuldigung. Tollhammer auf dem Dach. Verschluckt. Da, ab zum Feier. War einer hinter Wagen mit oder was? Ja. So. Nee, stellst du mal hin. Wir sind hier schon losgelaufen. Wer ist schon hier? Hallo. Ach doch, du. Ach doch, du. Warst du schon irgendwo drin? Nee, wir müssen den Dichtleiter finden. Okay. Ist mich eng hier. Ist nix. Hi, hi. Hallo. Oh. Oh. Yeah. Tief auch. Oh, die Scheiße. Da nicht Aubert. Ja, hier auch. Ja, ich bin hier schon voll. Hier ist nichts mehr drin. Ja, ich lief mal den Roboter hier hinten. Ja, wir haben auch schon einiges. Aber oben muss es bei dir tiefer reingehen, oder? Ja, hier geht's tiefer rein. Hier ist auch Maxwell irgendwo. Ah, okay. Hör dir den auf? Ne, bisher noch nicht. So. Ja, der Einkaufswagen ist schon geil. Ja. Okay, da brauchen wir nicht mehr rein. Wir brauchen das auch oben irgendwo. Wo ist hier? Hallo. Hallo. Hier ist der Main. Wo ist der Maxwell? Ja, weiß ich nicht. Ich hab den bisher noch nicht gehört. Ah, wo ist er? Ne, nicht. Muss woanders sein. Weil ich höre ihn gar nicht, witzigerweise. Oh, hier ein. Hier ist ihn. Hinter der Wand. Der ist bestimmt oben. Der ist bestimmt oben. Sehr gut. Ich höre einen Nutcracker. Nutcracker. Bei mir ist Nutcracker. Phil? Phil? Komm her. Ja. Ich hab auch. Ich hab auch ne Schaufel. Wo ist der denn? Warte, warte. Hier, hier hinter. Wir machen grad Nutcracker Action. Wir machen grad Nutcracker Action. Ich hab auch ne Schaufel. Ich hab auch ne Schaufel. Was hält tot? Auch nicht. Nein. Wo ist der? Und der explodiert noch nicht? Nö, schau mal nicht. Hey, ich muss doch noch nen Nutcracker finden. Schnell. Ich hab... Aber wo kommen wir denn hier wieder raus? Also hier ist die. Hier braucht ihr nicht hochkommen. Na? Okay. Okay. Ich wollte sie einschüchtern. Sie hat gar nicht reagiert. So. Da ist die Küche. Hier ist die Küche noch. Ja, da ist die Küche. Aber hier. Hier ist was? Noch ne Brassbell? Eine Brassbell? Alter. Ich seh nichts. Ich kann hier den Key nicht aufheben. So, wir müssen raus, Leute. Ja, dann hier lang, ne? Ja, wir müssen... Wir müssen jetzt noch mehr Nutcracker finden. Ja, die kommen. Die kommen noch. Ich hätte ja jetzt die Lampe genommen. Wo müssen... Wo müssen wir lang... Hier lang, hier lang. Mach mal den Maxwell aus, bitte. Ihr werdet alle an dem sterben, ne? Hier ist der Nutcracker? Ich höre die Musik. Hört. Oh, ich höre noch einen. Ich höre noch einen. Kommt mal mit. Komm mit. Irgendeiner soll schon mal raus. Ich kann das nicht nehmen. Warte, warte, warte. Marcel! Wer wird uns? Oh nein! Doch, hier sind die. Hier sind die doch, oder? Ja, aber die Waffe! Oh Gott, der Schreit! Oh nein! Versteck dich, versteck dich, versteck dich. Oh nein! Sind die tot? Ich bin noch am Leben. Ähm... Und der Maxwell ist auch am Leben. Versuch die Waffe! Versuch die Waffe mitzunehmen! Ja, aber wir dürfen nicht scannen! Ja, dann scannen nicht! Ich hab... Ich hab... Ich hab... Verliegen, mein Gott! Ja, dann fährt der schon los. Das ist... Ich hab... Habt ihr gehört? Jetzt ist doch hier und mach die Tür zu! Hier ist doch noch so ein Ding! Oh shit! Der wollte zu dir! Es sind jetzt fast alle tot! Wir müssen... Marcel, du musst einmal kurz weg gucken! Ja, mach ich! Wo müssen wir lang, Marcel? Ich hab noch keine Ahnung! Let's go! Ich hab jetzt nichts mehr! Keinen geilen Loot! Nichts! Hier ist der Ausgang! Und wo ist die Waffe? Wo ist die Waffe? Wo ist die Waffe? Wo ist die Waffe? Ich hab die mit! Ich hab die mit! Wir müssen jetzt... Oh Gott sei Dank! Oh nein! Oh nein! Der Scheugeil! Huck nicht hin! Alter, willst du mich verarschen? Ich weiß nicht, ob der auf mich getriggert ist. Ich muss nur mit dem Loot nach Hause. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ist auch tot, ne? Ja gut, ich fliege jetzt los. Ich weiß nicht, ob der Schalke jetzt gleich noch kommt oder nicht. Uh, heavy, ey. Jo, jo, jo. Marcel ist wieder losgeflogen. Wieder eine Alpha-Entscheidung getroffen. Könnt ihr mir mal erzählen, warum ihr losgeflogen seid? Achso, ich dachte... Ja, es hat nur noch der Marcel gelebt. Und du? Ja, genau. Achso. Ich hatte den Max-Man und ich war auf dem Weg zum Schiff. Achso, scheiße. Ich hab jetzt gerade nur mitgenommen, es sind alle tot. Es wird Zeit für einen neuen Alpha, Marcel. Ja, stimmt. Es wird Zeit für einen neuen Alpha. Hey, ich hab die Shotgun gerettet. Ich hab den Max-Man-Rill. Scheiße. Und die zwei Patronen hier sind... Ey, wir hatten so viel, wir haben nichts mit rausgebracht. Ne, nur 500. Ich bin unter einem Satz meines Lebens, bin ich ins Schlafzimmer gehechtet, um ihm zu erzählen, wo er lang muss. Ja, ich darf ja nicht im Discord schieben. Also, Rant ist jetzt eclipsed, Leute. Schatz, warum hat er dich zurückgelassen? Ja, machen wir eine Ass-Runde, oder? War wieder so eine komische Alpha-Entscheidung. Ja, ich hab nicht mehr nach dir geguckt, Temi. Ich hab... Ja, und warum nicht? Ich hab nicht durchgeschaltet. Ja, was auch. Es ging einfach nur darum. Ich hab nur den Chaigal gehört. Dann hab ich nur gehört, guck ihn nicht an. Dann schrie er aber. Ich wusste jetzt nicht, ob er auf mich getriggert ist, oder nicht. Und ich war jetzt beim Schiff. Er war auf mich. Er war auf mich getriggert. Hab ich dir doch gesagt. Ich hatte den Coil-Head, dann bin ich rückwärts von dem Coil-Head weg. Und dann hat noch dieser Kummels schon locker versucht, mich umzubringen. Ich hab das dann irgendwie geschafft, durch dieses scheiß Feier-Exit rauszukommen. Hab mich da ungefähr achtmal verlaufen. Und dann war ich auf dem Weg zum Schiff und dann fliegt das scheiß Ding einfach mal. Ah, shit. Ja, ist meine Sache. Ja. 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 Ich weiß nicht, was mit dem locker ist, aber der hasst mich irgendwie persönlich. Ich konnte dem noch nie ausweichen. Der ist spawnd immer direkt vor meiner Fresse und dann ist er auch schon. Ja, ich hab ja gegründet. Der ist auch getriggert, wenn du mit der Tasche dabei auf den leuchtest. Ja, soll ich? Ah, okay. Ja. Also, äh, wir hatten ja alles jetzt. Äh, wir hatten ja alles jetzt. Äh, wir hatten ja alles jetzt. Ja. Ja. Ja, wir hatten ja alles jetzt. Wir hatten, wir hatten, wir hatten, wir hatten, wir hatten Schrei-Guy-Coils. Den, äh, Schrank, alles, ey. Wir können gehen mal March. Ja, das war ein Todesfall. Wir gehen mal March. Okay. Okay, okay, okay. So. Es sind sechs Bienen hier. Es sind sechs Bienen hier. Sechs Bienen? Ja, okay. Sechs Bienen sind hier. Dann können wir ja wieder alle an den Bienen versterben. Super. Hä? Hier kommt ein Bild reingefahren. Habt ihr jetzt alles schaufeln oder was? Das ist ja nett. Wo ist das Bild hier? Sechs Bienen? Ja, ich gehe hier. Ich gehe zum Feier. Da war doch hier der richtige Weg, ne? Oh, Mann. Ja, ich habe ganz vergessen, bis nach Hemi durchzuschalten, ne? Ich dachte jetzt automatisch nur noch, äh, Mama wäre im Leben und dann als Mama da jetzt. Na ja, na ja, habe ich wieder mal den Hemi vergessen. Tja. Ah. Okay. Auch nice. Hier ist schon Locked Shit. So, aber sonst ist hier nichts, ne? Ich kann hier nichts sehen. Oh nein, hier ist eine Mine und Ding. Es ist, ich bin hier irgendwie... Hier ist ein Key. Hört ihr mich? Ja. Ich versuche das auszuschalten, aber... Okay. Oh. Sehr gut. Oh, ist das noch an? Ja, hier ist noch eins. Hi, hi, hi. Du musst, du musst, äh, schleichen. Wieso? Ja, dann siehst du besser. Ah, jo. Dann siehst du besser, ob ne Mine auf dem Boden ist. Oh, hier ist ein Raum. Ja, da war nix mehr drin, glaube ich. Oh, toll. Cool. Jetzt in der Orte. Aber hier ist der Feuer. Oh, da hinten ist auch noch was. Habt ihr nen Schlüssel? Habt ihr nen Schlüssel? Okay. Habt ihr nen Schlüssel? Aber ja, kommt jetzt zu. Guck mal, hier ist ein Fire Exit noch, ein anderer. Nee, den einen Schlüssel hab ich ja für nothing ausgegeben anscheinend. Wir müssen das Ding noch ausmachen. Hier. Hier ist das bestimmt. Dann bin sie aber doch gerade reingegangen, oder? Warte. Aber irgendwo kommt das ja her. Von rechts, ne? Nee, es kommt von rechts. Nee, hier nicht. Kommt vielleicht von unten, oder? Ja. Da ist ne Miene. Da ist ne Miene. Ja, wir kommen da, glaube ich, nicht hin. Ich glaube, wir kommen da nicht hin, oder? Nee, ich glaube, das muss... Oh, hier ist der große Raum. Oh, nice. Warum ist die Tür schon auf? Weil Jesse hier ist. Hier, hier. Jesse ist hier. Oh, ich hab... Ich hab Schild. Ja. Drei große Dinger. Ich kann die gar nicht tragen. Du bist da unten reingegangen, oder was? Ja, ich komm, ich komm. Hast du ne Schaufel dabei, Maffel? Ich hab ein Schild. Nur ein Schild dabei. Hast du... Willst du haben? Keine Schaufel extra. Drei große Dinger. Ihr müsst da rein. What? Ich wollte nur wissen, ob du noch extra Schaufel hast. Du musst auch da rein. Es sind noch zwei große. Ja. Zwei Händer. Ist hier noch Schiff? Nee, so weit ich sehen hab' nicht. Und oben rechts auch nicht. Okay. Ihr könnt geradeaus, das ist ja feier. Ja, ja, ich weiß. Da sind wir hergekommen. Aber hier ist irgendwo... Geradeaus ist auch... Ja, hier auch. Juhu! Gesundheit. Danke. Gott, nee. Ich hab' ja... Okay. Ich hasse die großen Teile, ne? Warte, hier hab' ich noch ein kleines. Ja, das ist super, naja. Äh... Und die Bienen sind nicht wert. Die für 85. Ja, aber sechs Stück davon sind schon mal wert. Wo geht's hier hin? Ja, aber das schaffst du ja gar nicht. Da werden wir alle dran verstärmen. Geradeaus. Achso, bei denen sind wir. Ja, ja, klar. Hier links sind Bienen und ein Stück weiter auch noch. Ja. Ja, aber die sind nur 65, wer froh. Ja gut, kann man mitnehmen, ne? Das kannst du dich nicht verpackt. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Lebt der Hemi noch? Weiß ich nicht. Ich guck mal nach. Ja, tu doch mal. Ja, Hemi lebt noch. Entweder hat er da auch irgendeinen Gegner gekillt, oder... Ach jo, seit wir Hunter haben, finden wir aber keine Tiere zum Killen, ne? Ich glaub, der weiß den Ausgang aber nicht mehr, ne? Weiß ich nicht, ich... Weiß ich nicht, ich... Es gibt so viele Fire-Exs, das ist hier, ne? Wart ihr beim Main drin, ne? Ja, da ist doch der Main-Ausgang. Da ist der Main, ja. Er hat ihn doch. Achso. Er scannt mal. Hast du überhaupt noch irgendwas da? Ja, 24 Stück. Ja, okay. Was? Jetzt haben sie es rachen, aber lass mal hier die Bienen holen. Wo sind denn die Bienen? Äh, also ich will nicht hier sein, wenn die Bienen geholt werden. Nee, ich geh nochmal, äh... Oh, nice. Oh, nice. Wo kamen wir grad her? Bei dem Fire-Exit, da lagen zwei. Also hier oben, da oben ist einer, da oben ist einer. Und dahinter liegt auch noch irgendwo... Ah, hier irgendwo liegen noch welche. Ja, da hinten. Okay, okay, okay. Ja, hier ist doch ein Baboon-Hawk. Bringt der eigentlich jetzt Stuff auf Level 2? Ja, der bringt auch was. Der bringt auch was. Ja. Ich hab aber nichts bei zum Schlagen. Ja, warte, ich hol' welche. Hol' doch die Pumpgun und schieß' ihn dann um. Wo ist der? Ja, äh, der war hier hinten. Warte mal, der Baboon. Ich hab aber auch immer noch nichts zum Schlagen mit, ne? Ja, egal. Du lootest mein Schild. Wenn ich sterbe. Ja. Oh, Giant, Giant. Aber von dem kriegen wir, glaub ich, keine Sache. Ja, sonst lasset, lasset lieber. Hi, Hemi. Diesmal hab ich nach dir geguckt. Ja, sehr gut. Okay, ich glaube aber einfach nicht. Der macht er damit schon geschossen, ne? Shit. Hab ich damit jetzt getroffen? Oh nein, hier ist die Mine und Sing. Ist der Film noch am Leben? Guck's mal. Nee, der ist tot. Stimmt vom Jail gefressen. Ja, da leben wir alle noch. Ey, ich will den killen. Ich weiß nicht, ob ich mit der Shotgun den versuche nochmal zu killen, oder? Den Shy Guy, oder was? Nee, diesen Baboon-Hawk da. Ja, dreckige Scheiße. Ach, du hast doch noch Schaufel, ne? Ja. Lass es mal fallen. Habt ihr auch noch Schaufel? Wo ist der Penner? Also, ich hab da, ich hab da nen Scheiß, äh, 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 Pampa. Hast du den? Hast du den? Was? Was? Achso, ich hab mich, ich wusste nicht, dass du mit mir redest. Ja, alles gut. Ich hab da nen Pampa und ich komm nach rein. Hey, ist der... Kommt vielleicht von unten, oder? Na, komm. So, jetzt zurück. Noch zwei Stunden. Ja, eh, was hat denn hier? Ihr müsst doch einmal mitkommen wegen dem Dingern. Ja. 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 Habt ihr alle? Ja, ja. 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 Jetzt haben wir wieder Baboonhawks dafür. Guck mal, ihr habt ein Foto in den Chat geschmissen. Ich habe eben eine Sicherheitstür gehabt und da guckt die so eine Hand raus. Ich weiß nicht, was für ein Viech das ist. Alter. Wäre du den Baboonhawk gefeiert, das hat er zu mir gesagt. Dreckiger scheiß Baboonhawk. Hahaha. Warum bist du denn jetzt gestorben, Phil? Ja, da waren plötzlich zwei Baboonhawks und dann haben sie mich zusammen angegriffen. Ach so. Hä, ist das, was ist das für eine Hand? Ich weiß es nicht. Kommt überhaupt nicht. Ist das, ist das der, ähm, der Flower Man? Ist das der Genickbrecher? Ist das seine Hand? Ja, ich würde sagen ja. Ich würde sagen ja. Was denn? Ich weiß es nicht. Ich glaub, der hockt dahinter. Ich glaub, der hockt dahinter und wartet, ne? Ich hatte eine Sicherheitstür und da guckte eine Hand raus. Mhm. Der kann der auch dann durch das Genick brechen. Aber wer hat mich natürlich wieder getötet? Der, äh, Stamper. Ist ja klar. Ja, der war doch bei mir. Ja. Marcel, du musst die Safety wieder hier anmachen, sonst feuert die einfach wild durchs Schiff. Ach so. Ja, okay. Einfach von alleine? Ja. Ja, die feuert random. Wie siehst du denn, wieviel Schuss da drin ist jetzt? Ja, jetzt sind wieder zwei drin. Ja, wenn du nicht nachladen kannst, sind zwei drin. Ach so, okay. Ähm, du musst direkt vor denen stehen beim Schießen, sonst tust du die nicht. Also du darfst nicht so weit weg stehen. Ah, okay. So, das, das, das. Das lassen wir mal als Trophäe hier. Ja. Nee. Alter, ich seh gar nix. Ach cool, sauer ist wieder ausgekippt. Ich hab doch mal ein schöner Pushto-Torpe an, weil ich auf der selben Tasse sitze. Wahnsinn. Hast du überhaupt noch was rein? Nee. Hallo, 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 hallo. Oh, oh, oh. Der ist da, aber der ist. Mhm. Du bist Professionals. Drop all Items. Also. Painting 200. Wollen wir nur Quota verkaufen? Ja, ne? Ja, ja. Also, 2,9 reicht, oder? Ich hab meine ganzen Sachen die ganze Zeit da hinten liegen. Ja. Hä? Funktioniert die Granate hier noch? Oder? Weißt du, ob die Granate hier noch funktioniert? Weiß ich nicht. Okay, er ist da. Nee, die war auf 2. Wie viel verkauft ihr denn da jetzt eigentlich? 2,9. Ja, ich denk mal nicht, dass wir bei 2,9 schon sind. Das glaube ich nicht. Oh, 1,2. 2,1. Und im Schiff haben wir noch 1,8. Ja, einfach noch verticken. Zack, zack, zack. Weiß ich noch nicht? Ja, eigentlich, warte mal. Ja, ich glaube schon. Wir hatten gerade 1,8 oder so oder so im Schiff und jetzt nur noch 1,4. haben wir jetzt alles verkauft 130 ich habe noch einen hammer den wir verkaufen können so viel zu viel also hey du hast es doch hier vorgelegt ja weil ich wusste wie viel das ist ich habe auch ein hammer hier das reichte doch so ja und bestimmt auch gleich hunter level 3 aber damit können wir schon noch 100 kaputt machen oder also hunde müssten jetzt aber aus dem hunter max level für uns wäre es auch der letzte run ja gut dann war es das mit dieser folge und vielen dank fürs zusehen ach jetpack auch am start über ein like abo und kommentar würde mich freuen bis zur nächsten folge tschau tschau